Herzlich willkommen beim Video CC-Lizenzmodelle. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über unterschiedliche CC-Lizenztypen und Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Lizenzen kennen. Sie können mit diesem Video Ihr Grundlagenwissen über Creative Commons Lizenzen fördern. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, wie offen Lizenzen von Creative Commons funktionieren. Diese sind eine zentrale Grundlage für offene Bildungsressourcen, kurz OER. Das Urheberrecht in Österreich und im deutschsprachigen Europa kennt nur einige wenige Möglichkeiten der Nutzung der Materialien von Dritten, beispielsweise das wissenschaftliche Zitat oder wenn etwas viele Jahre nach dem Tod gemeinfrei wird. Wenn man sonst Abbildungen oder Folien von anderen in den eigenen Lehrunterlagen nutzen möchte, muss man dazu immer um Erlaubnis fragen und das ist zeitaufwendig. Wenn man möchte, dass andere die eigenen Werke nutzen können und man das nicht mit jeder oder jedem Einzelnen vereinbaren möchte, reicht es zum Beispiel nicht, etwas im Internet zu veröffentlichen und zu schreiben. Das dürfen alle Lehrer nutzen. Das Urheberrecht ist ein sehr starkes Recht und wenn man andere Nutzungsmöglichkeiten geben möchte, benötigt man dazu eine juristisch einwandfreie Formulierung. Hier sehen Sie einige der Symbole, die darauf hinweisen, dass jemand Materialien unter Lizenzen von Creative Commons zur Verfügung stellt. Das CC weist darauf hin, dass es sich um einen Lizenzvertrag von Creative Commons handelt. Die anderen Symbole und Abkürzungen werde ich Ihnen im Folgenden erklären. Es gibt also nicht nur eine, sondern mehrere CC-Lizenzen, die unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten erlauben. Wichtig ist dabei, nicht alle dieser Lizenzen werden zu den sogenannten offenen Lizenzen gezählt. Nicht alle CC-Lizenzen sind also für offene Bildungsressourcen geeignet. In jedem Fall sollten Materialien jedoch nicht nur diese Symbole tragen, sondern auch den direkten Link oder die URL zur genauen Lizenzversion bzw. zur gegebenenfalls landesbezogenen Lizenz. Die CC-Lizenzen sorgen also für klare, eindeutige und vor allem auch rechtlich saubere Regelungen, wie mit den erstellten Materialien einer Person umgegangen werden kann. Es gibt drei Schichten für jede Lizenz. Es gibt zunächst einen juristischen Text von und für Rechtsexpertinnen und Experten. Dann gibt es einen Text, der für Laien lesbar und verständlich ist und den Umgang für die Praxis beschreibt. Dann gibt es drittens einen maschinenlesbaren Code. Einen einfachen HTML-Code, der auf die URL der Lizenz verweist, also über Metadaten verfügt, die maschinell verarbeitet werden können. So, nehmen wir einmal an, dass eine Biologie-Professorin eine Skizze angefertigt hat und sie möchte, dass andere diese Skizze nutzen können und erkundigt sich über die unterschiedlichen CC-Lizenzen. Die Biologie-Professorin schaut sich zunächst die Lizenz CC BY SA genauer an. Den Lizenztext und Erklärungen findet sie im Internet. Doch erkennt man die wesentliche Bedeutung auch an den genutzten Abkürzungen und Symbolen. Ein weiterer Bestandteil der gewählten Lizenz ist das BY bzw. das Symbol eines Menschen. Es steht dafür, dass die Urheberinnen und Urheber des Materials möchten, dass sie genannt werden. Man sagt auch, dass eine Attribution notwendig ist. Ein weiterer Bestandteil dieser Lizenz ist das SA und der Runde-Pfeil. Das SA steht für Share-Alike, bedeutet also Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn das Material mit einer solchen Lizenz in einer Bildungsressource genutzt wird, muss dafür zwingend die gleiche Lizenz genutzt werden, also die Lizenz CC BY SA. Das vermutlich bekannteste Angebot unter einer CC BY SA Lizenz ist die Wikipedia. Alle Beiträge in der Online-Enzyklopädie können also genutzt werden, wenn die daraus entstandenen Remixe und Werke wieder unter CC BY SA veröffentlicht werden. Außerdem muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Materialien von der Wikipedia sind. Wichtig ist auch, dass ein direkter Link zur Lizenz angegeben wird und Änderungen beschrieben werden. So, die Biologie-Professorin findet die Idee gut, dass die Skizze so immer nur in neuen Materialien genutzt werden kann, die eine offene Lizenz haben, nämlich die CC BY SA. Allerdings möchte sie die Nutzung gar nicht so sehr einschränken. Sie schaut sich eine weitere offene Lizenz an, die CC BY Lizenz. Bei der CC BY Lizenz ist die Verwendung für andere leichter. Sie können die Skizze verwenden, wenn Sie auf die Biologie-Professoren verweisen. Sie also nennen und auch dazu schreiben, wenn und wie Sie die Skizze verändert haben. Sie müssen auch auf die Lizenz und die URL, wo die Skizze zu finden ist, hinweisen. Jeder, der die Skizze nutzt, wird also auf die Biologie-Professoren hinweisen müssen. Nun findet die Biologie-Professoren aber nicht, dass dies der Fall sein muss. Eigentlich ist es ihr nämlich egal, ob auf sie verwiesen wird und von ihr aus dürfen auch alle gerne diese Skizze nutzen, die das möchten. Das Urheberrecht in Österreich sieht jedoch nicht vor, dass man sein Urheberrecht abtreten kann. Man kann also auch gar nicht einfach auf alle Nutzungsrechte verzichten. Das geht zum Beispiel in den USA. In Österreich muss in diesem Fall auch eine Lizenz mit einem komplizierten Vertragstext genutzt werden, die sogenannte CC Lizenz 0. Ihre Gültigkeit für Österreich war zunächst umstritten. Heute sehen die meisten sie als für Österreich gültig an. Wenn andere nun die Skizze nutzen wollen, müssen sie gar nichts weiter tun, als die Skizze zu verwenden. Die Skizze kann auch gerne verändert werden. Ich habe Ihnen nun die drei offenen Lizenzen von Creative Commons vorgestellt, also CC0, CC BY und CC BY SA. Creative Commons kennt noch weitere Optionen für Lizenzen. Diese schränken die Nutzung allerdings stark ein und zählen daher auch nicht zu den offenen Lizenzen. Eine der beiden Optionen ist zum Beispiel das NC für Non-Commercial, also nicht kommerziell. Sie wird auch durch durchgestrichene Währungen gekennzeichnet. Materialien mit Creative Commons Lizenzen mit dieser Option können nur verwendet werden, wenn keinerlei kommerzielles Interesse verfolgt wird. Das ist oft problematisch, weil schon ein kleines Honorar bei der Nachhilfe oder zum Beispiel Seminar oder Studiengebühren eine kommerzielle Nutzung darstellen. Eine weitere Option bei nicht offenen CC-Lizenzen ist ND für Non-Derivation oder auf Deutsch, es sind keine Abwandlungen erlaubt. Die Weiterverwendung ist also nur sehr eingeschränkt erlaubt, aber auch dieser Wunsch bzw. diese Lizenzoption muss natürlich respektiert werden. Wer sich unsicher ist, was genau eine CC-Lizenz erlaubt und unter welchen Bedingungen die Materialien genutzt werden können, kann ich empfehlen, einfach nach genau dieser Lizenz zu suchen, also gegebenenfalls mit Versionsnummer und Länderkennzeichnung. Creative Commons hat für alle Lizenzen gute, verständliche Beschreibungen. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. CC-Lizenzen sorgen für rechtlich saubere Regelungen, wie mit urheberrechtlich geschützten Materialien umgegangen werden kann. Nur offene CC-Lizenzen sind für OER geeignet. Dazu zählen folgende Lizenzen. CC-0, CC-BY und CC-BY-SA. Die Komponenten einer CC-Lizenz mit erforderlicher Namensnennung sind CC-BY plus Attribution plus einer eventuellen Einschränkung sowie nicht zu vergessen, der Link zur Lizenzversion. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihr Grundlagenwissen über CC-Lizenzen erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!